In der Vorlesungseinheit zu Pretty Good Privacy oder PGP lernen Sie ein universell einsetzbares kryptografisches Datenformat kennen, das hauptsächlich zur E-Mail-Verschlüsselung eingesetzt wird. Zu den Lernzielen. Das erste Lernziel ist natürlich die Kenntnis eines der wichtigsten kryptografischen Datenformate, nämlich PGP. Weitere Lernziele sind zwei klassische kryptografische Angriffe. Zunächst der Small-Subgroup-Angriff, bei dem eine kleine Untergruppe verwendet wird, und dann der RSA-Fault-Attack-Angriff, bei dem Fehler bei der Signaturberechnung ausgenutzt werden. Es sollte mittlerweile klar sein, das war nicht immer so, dass Open Source nicht automatisch sicher bedeutet. Das wird hier nochmal deutlich werden. Und auch ein bisschen Kryptohistorie. Ich möchte ein bisschen was zu Phil Zimmerman und seiner Rolle bei der Durchsetzung freizugänglicher Kryptografie erzählen. Wir haben jetzt im Schichtenmodell einen Sprung gemacht. Wir sind auf der Anwendungsebene. Wir sind ganz oben. Hier ist PGP beheimatet. Das ist ein Anwendungsprotokoll. Nicht mal ein Kommunikationsprotokoll, sondern ein Datenformat. Aber es wird im E-Mail-Kontext zur Kommunikation eingesetzt. Und deswegen ist es hier in dieses Modell einsortiert. Gegliedert ist diese Vorlesungseinheit wie folgt. In diesem Video geht es um die Legende. Wie ist PGP entstanden? Warum ist PGP so legendär im Einsatz? Warum ist die Usability so umstritten? In der nächsten Vorlesungseinheit, im nächsten Video, wird es dann um das PGP-Ökosystem gehen. Also wie funktioniert PGP überhaupt im Großen und Ganzen? Da wird auch das Thema Web of Trust angesprochen werden. Dann müssen wir uns den Standard genauer anschauen. Nicht alle Details, aber ein paar Beispiele, sodass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das Datenformat funktioniert. Und als Hauptteil sind dann die beiden Angriffe auf OpenPGP hier beschrieben. Das ist deswegen so wichtig, weil hier der Standard selbst angegriffen wird, nicht nur eine Implementierung. Man kann diese Angriffe aber durch weitere Überprüfungen in Software relativ leicht unterbinden. Und zum Schluss noch ein Ausblick im letzten Teil, wo wird PGP überhaupt eingesetzt? Also verschiedene Implementierungen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie universell dieser Standard ist. Kommen wir zur Legende. Die ursprüngliche Legende wird von etwas anderem überlagert. Also es gibt eine zweite Legende, die sich in jüngster Zeit davor geschoben hat, und zwar im Jahr 2013. Vielleicht erinnern Sie sich, 2013 war das Jahr, in dem Edward Snowden vertrauliche Dokumente der US-Regierung veröffentlicht hat, die belegen, dass die US-Regierung in großem Umfang den Internetdatenverkehr überwacht. Diese Offenlegung geschah über einen Journalisten und das Ganze hat eine Vorgeschichte. Und zwar wollte Edward Snowden gerne verschlüsselt kommunizieren. Und was hat er dazu ausgewählt? Natürlich PGP. Aber PGP war deutlich zu schwer zu nutzen für einen investigativ arbeitenden Journalisten. Und deswegen hat er hier bei einem Freund angefragt, bei Mika Lee, und hat gefragt, ob der ihm helfen könnte, der konnte PGP einem anderen Nutzer zu erklären, wie PGP funktioniert. Das Ganze hat es dann auch in die große Presse geschafft. Also es gab viele Berichte darüber, dass der von Edward Snowden angesprochene Reporter des Guardian zunächst mal nichts mit PGP anfangen konnte, dass dann erst ein Video erstellt wurde, in dem ihm erklärt wird, wie er das nutzen kann. Und dann, als es installiert war, dann wurden die Daten von Edward Snowden übermittelt. Dieses Beispiel erklärt zweierlei. Zum einen den hohen Stellenwert, den PGP in der Community hat. Also PGP ist im Bereich der elektronischen Aktivisten, der Leute, die sich um die Privatsphäre von Menschen sorgen, ungefähr so wichtig wie das Tor-Netzwerk. Es wird nach diesem Artikel auch von vielen investigativen Journalisten verwendet. Und es hat ein kleines Publikum. Also im E-Mail-Bereich wird PGP von wenigen Leuten eingesetzt, aber von genau den Leuten, die einen besonders hohen Sicherheitsbedarf haben. Wie ist das Ganze entstanden? Also warum nutzen diese Leute PGP und nicht irgendein anderes Verschlüsselungsformat? Das hat eine Vorgeschichte und die reicht jetzt nochmal 20 Jahre weiter zurück. 1991 war Phil Zimmerman der Erste, der eine frei verfügbare hybride Verschlüsselungssoftware geschrieben hat. Also es gab für das Militär schon Implementierungen des RSA-Algorithmus und andere Algorithmen, aber nicht für die breite Öffentlichkeit. Es gab keine Open-Source-Software zu hybrider Kryptografie, die also Public-Key und symmetrische Verschlüsselung kombiniert hätte. Damit hatte er zunächst nichts als Ärger. Zunächst mal kam da die Abmahnung durch die Firma RSA Incorporated wegen einer Patentverletzung. Das Patent auf den RSA-Algorithmus wurde nur in den USA erteilt, weltweit war es nicht gültig, aber Phil Zimmerman hat das Ganze in den USA programmiert und deswegen hat er das Patent der Firma RSA verletzt. Die grundlegende Idee, die dann sehr populär wurde, war das Web of Trust. Also Phil Zimmerman wollte keine hierarchische Ordnung, wo ein Vertrauensanker bestimmt, wem vertraut wird und wem nicht, sondern wollte das irgendwie basisdemokratisch lösen durch Web of Trust. Die Abstimmungen sind hier digitale Signaturen, die den Schlüsseln anderer Nutzer hinzugefügt werden. Mehr dazu im nächsten Abschnitt. Ja, die Patentverletzung war eine Sache. Wesentlich gravierender war dann der nächste Punkt. 1992 hat die PGP-Software irgendwie die USA verlassen. Es gibt keine Aufklärung bis heute darüber, wie das passiert ist. Phil Zimmerman hat bestritten, dass er sie damals noch auf eine Mailbox außerhalb der USA geladen hat. Irgendjemand hat das getan und deswegen hat irgendjemand die US-Zollbestimmungen verletzt. Ein Jahr später hat dann auch der US-Zoll Anklage erhoben. Warum erhebt eine Zollbehörde Anklage, wenn eine Software die USA verlässt? Ja, das hat einen Hintergrund, der heute noch erklärt werden muss. Und zwar gab es damals in allen Ländern weltweit Exportkontrollen auf Kryptografie. Kryptografie wurde als Waffe eingestuft und fiel deswegen unter die Waffenkontrollgesetze der verschiedenen Staaten. Und das war eine Festlegung der Regierung. Und genau wegen dieser Waffenexportbestimmung wurde Phil Zimmerman angeklagt. Er wurde wie ein Waffenhändler behandelt, der gefährliche Waffen außer Landes geschmuggelt hat und in Länder verkauft hat, die die nicht besitzen dürfen. Ja, diese Anklageerhebung zog sich eine ganze Zeit lang hin. Phil Zimmerman hat in der Zeit aber weitergearbeitet. Er hat sich da nicht entmutigen lassen. Und 1993 kam dann auch PGP 2.0 raus. Und hier sind zum ersten Mal die Namen der Algorithmen genannt. In PGP 1.0 kamen noch ein paar exotische Algorithmen zum Einsatz, die man heute gar nicht mehr kennt. Aber PGP 2.0 war dann sehr sauber auf dem damals aktuellsten Hash-Algorithmus MD5. Auf einer sehr guten Blockchiffre, die von AES jetzt verdrängt worden ist, aber öffentlich bekannt war und auf RSA und die Phil Hellman aufgebaut. 1994 war dann eine Lösung für die Patentverletzung gefunden. Und zwar hat das Massachusetts Institute of Technology die Weiterentwicklung der freien PGP-Version übernommen. Das MIT durfte das, weil die drei RSA-Autoren diese Erfindung am MIT gemacht haben und das MIT dieses Patent an die Firma RSA weiter lizenziert hat. Also die Firma MIT besaß auch Rechte an dem Patent und konnte das deswegen weiterentwickeln. Da war zumindest der Anklagepunkt wegen Patentverletzung vom Tisch. Ja, dann 95, 96 begann dann die eigentliche Karriere von PGP und zwar hat Stahle Schumacher in Norwegen eine internationale Version veröffentlicht, PGP 2.63i. Das ist dann die Version, die sich zum Standard entwickelt hat, weil sie jetzt nicht mehr aus der gleichen Softwarequelle kam, sondern nachimplementiert wurde. Und wenn man etwas nachimplementiert, dann muss man sich genau darüber im Klaren sein, was man da implementiert. Das ging hier also Richtung Standard, was hier passierte. Und seit 96 wurde dann das Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffenexportgesetz eingestellt. Da gibt es eine berühmte E-Mail, eine signierte, PGP-signierte E-Mail von Phil Zimmerman, der das am 11. Januar 1996 verkündet hat und sich sehr erleichtert gezeigt hat, dass das jetzt eingestellt wurde. Man konnte eben nicht nachweisen, wer diese Software außer Landes geschmuggelt hat. Und deswegen wurde das Verfahren auch eingestellt. Ja, dann entwickelte sich das immer weiter auseinander. 1997 gab es dann mehr als 12 verschiedene Freeware-Versionen. von PGP 2.x. Und das war natürlich kein Zustand. Man musste das wieder zusammenfassen, damit die auch untereinander Daten ver- und entschlüsseln konnten. Und deswegen wurde ein Vorstoß unternommen mit PGP-Version 5.0. Und zwar wurde PGP 5.0 in den USA entwickelt. Und da man nicht schon wieder gegen das Waffenexport-Kontrollgesetz verstoßen wollte, hat man PGP 5.0 in Buchform exportiert. Also der Quellcode von PGP 5.0 wurde als Buch gedruckt in einem Font, der gut eingelesen werden konnte von Scannern und mit Prüfsummen am Ende jeder Zeile. Und diese Version 5.0 wurde dann die Basis für OpenPGP. Also hier wurde dann eine internationale Standardisierung herbeigeführt, die dann auch später in einem RFC festgehalten wurde. Dieser RFC war der RFC 2440. Und das war dann die offizielle Version von PGP. Und die wurde als OpenPGP bezeichnet. Ja, und dann 2001 gab es dann die Sicherheitsprobleme mit diesem Standard. Also es hat eine Zeit lang gedauert, bis man diese Probleme gefunden hatte. Und auf die werden wir in der Vorlesung auch noch zu sprechen kommen. Das sind die genannten beiden klassischen Angriffe, die hier für PGP funktionieren unter bestimmten Voraussetzungen.